Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das letzte Projekt, mit dem ich mich beschäftigen konnte. Was macht man mit einem 10 Jahre alten PC? Dazu habe ich einen geschenkten PC von einem Kollegen nutzen können und meine alten Grafikkarten. Das Ziel für mich ist es immer, alte Geräte wieder für die Gegenwart nutzbar zu machen. Bei diesem PC war ich überrascht, wozu er noch einsetzbar war und das zeige ich euch in diesem Video. Der Plan war es, den PC zuerst vom Staub zu befreien, eine SSD fürs Betriebssystem und eine HDD für Daten einzubauen und meine RTX 3070 darin zu testen. Doch als ich den PC öffnete, oh Schreck, Staub soweit das Auge reicht. Ich habe die Komponenten gründlich gereinigt und dabei ein kaputtes Stromkabel gefunden und ausgetauscht. Doch nachdem ich die Festplatte und die SSD eingebaut habe, entdeckte ich noch mehr Staub, der sich im Gehäuselüfter vorne verborgen hat. Zeit, auch hier gründlich auszumisten. Die Anschlüsse des PCs aus dem Jahr 2012 waren ein echter Blick in die Vergangenheit. Lauter USB-2-Anschlüsse. Bei der weiteren Begutachtung sah ich, dass das DVD-Laufwerk nicht angeschlossen war. Außerdem stieß ich auf drei USB-Erweiterungskarten. Eine gute Idee, um USB-C an einen alten Rechner zu kriegen. Eine alte, passiv gekühlte Grafikkarte war auch eingebaut, die GT 730. Ein Problem habe ich auch festgestellt. Der große CPU-Kühler saß schräg und aufsetzend auf dem RAM. Nicht ideal verbaut. Aber die Temperaturen waren in Ordnung. Deswegen habe ich keine neue Wärmeleitpasta aufgetragen und es nicht riskiert, bei dieser Konstruktion etwas zu beschädigen. Nachdem der PC gereinigt war und gut lief, ging es um die Auswahl des Betriebssystems. Xubuntu, Linux Mint und Garuda Linux. Alle liefen von einem USB-Stick gebootet gut. Mit einer Linux-Live-Version, die man vom Stick startet, kann man schon gut sehen, wie der Rechner läuft. Man kann Temperaturen ablesen, die Erkennung von der Hardware prüfen, die Performance einschätzen. Für weitere Tests habe ich Windows 11 installiert. Ich fragte mich, ob dieser Rechner noch fürs Gaming geeignet ist. Mit der alten GPU, Nvidia GT 730, lief Counter-Strike bei 20 FPS in 4K. Nicht gerade berauschend. Ich wollte also eine neuere Grafikkarte ausprobieren. Der Einbau der RTX 3070 aber stellte sich als Herausforderung dar. Das Problem lag am Strom. Die Kabel, die ich hatte, passten nicht in das gute, aber ältere Netzteil. Die RTX braucht ja zwei 8-Pin-Anschlüsse. Daher habe ich mir das gleiche Netzteil defekt mit Kabeln bei Kleinanzeigen gesucht und als Versand bestellt. Also hieß es, eine alte GTX 1070 zur Überbrückung einbauen, denn die braucht nur einen 8-Pin-Anschluss. Nachdem alle Treiber installiert waren, kam der große Moment der Benchmark. Die GTX 1070 erreichte 2788 Punkte und 100 FPS in 4K in Counter-Strike. Doch das Spiegel, die Finals in der Closed Beta, konnte nur mit etwa 30 FPS auf den niedrigsten Einstellungen bewältigt werden. Dann endlich, nach drei Tagen Wartezeit, kam das lang ersehnte Kabel an und wurde behutsam angeschlossen. Mit der RTX 3070 schossen die FPS in Counter-Strike auf 125 hoch und bei Forza Horizon 5 auf höchsten Einstellungen in 4K waren es solide 60 FPS. Die Benchmark-Ergebnisse lagen bei 2994. Die Unterschiede in der Benchmark sind kaum aussagekräftig, während das Gaming-Erlebnis im Vergleich der GTX 1070 und der RTX 3070 einfach wie ein anderes Level ist. Da sieht man, dass die Punkte keine gute Widerspiegelung des eigentlichen Erlebnisses sind. Man sollte bei PCs mehr auf die eigene Wahrnehmung vertrauen und nicht nur auf die nackten Zahlen schielen. Die Lehre aus dieser Erfahrung. Ein qualitativ guter PC mit einer soliden CPU wie einem i7 kann, selbst nach zehn Jahren, mit einer leistungsstarken Grafikkarte für die neuesten Spiele genutzt werden. Das Aufrüsten lohnt sich. Man spart Geld, schließlich muss man ja keinen neuen PC um die Grafikkarten drum herum kaufen, was 800 bis 1000 Euro weniger macht. Und gleichzeitig erhält man den Wert des alten PCs, der weiter genutzt werden kann. Was denkst du? Lohnt sich das Aufrüsten oder würdest du doch einen ganz neuen PC bevorzugen? Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Danke fürs Reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.